So, willkommen zurück zu Trine 3, der Artefax auf Power. Dann wollen wir mal beginnen. Dann wollen wir mal die krasse Mission hier bücken. So, weiter her. Ja, Mensch. So, was haben wir hier? Da können wir nach vorne schieben. Ach, da drehst du dich. Ach, sag mal, wirst du wohl. So, ab nach vorne. So. Dann hängen wir uns hier mal ran. Und dann müssen wir... Boah, hier hoch, geil. So. Kann ich hier wieder zurück? Boah, so. Dann schieben wir den ganzen Wagen wieder zurück. Und dann drehen wir die nochmal. So. Dann können wir nämlich die Kiste hier runterschmeißen. Dann ist dann gleich die Tür offen. Na. Na. Na, sag mal. Gehst du da rauf? So, jetzt. Ach, du Scheiße. Da rüber. Jetzt schaffe ich hier. Na, wo bist du denn, Alter, ey? Oh, Mann, ey. Boah, Hardcore hier. Ich hab's. Diese Karte führt mich zum Riesensmaragd. Geil. 25 von 25. Dann haben wir die krassen Kapitel, oder krasse Missionen, auch geschafft. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung. BR 2018